Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 19 von Zenef. Jo, ich bin jetzt zurück zu diesem Gasthaus gereist und hab da ein bisschen geruht und so weiter und wir wollten uns jetzt glaube ich die Burg da oben angucken und dieses Gasthaus oder was auch immer das da hinten ist. So, jetzt lauf ich mal irgendwie hier an den Feinden vorbei. Geskillt hab ich jetzt nicht mehr viel oder da rumgekämpft und gemacht. Und so war alles im grünen Bereich soweit. Ist da oben überhaupt? Ja, da ist eine Burg oder ein Durchgang oder was auch immer. So, laufen wir mal da so vorbei. Der läuft mir nach, der läuft mir nach. Oh Mann, ist das nochmal sinnlos. Hau ab. So, gehen wir einfach mal hier rein. Oh, ich sehe keinen Grund, warum ich da hingehen muss. Jo, und da sind wir im Kampf, weil irgendein Ritter uns ins Kreuz gelaufen ist. Das ist natürlich wunderschön. Oh Leute, in Zukunft wird es hier echt mega sinnlos auf dem Kanal. Oh, jo, was sich gerade schon erweist. Wo ist mein Kollege, Kollegin? Oh, die sind immer so mega stark, die Viecher da. Machen wir eigentlich mega Schaden? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir müssen mir eigentlich relativ viel Schaden machen. Wey, das sieht doch mal gut aus. Wunderschön. Achso, und Looten nicht vergessen, Looten nicht vergessen. Jo, ich habe nämlich ein paar Zusagen für Let's Plays bekommen. Richtig coole Let's Plays teilweise, wo ich mich drauf freue. Und ich bin mal gespannt, wie ihr so da dabei seid. Happy Dungeons wäre da eventuell dabei. Neverwinter will ich zeigen. Was war noch? Und vielleicht Warframe. Jo, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall mehrere Multiplayer-Projekte. Ich werde ein paar Solo-Projekte laufen lassen. Für die Leute, die eher die Solo-Projekte schauen wollen. Und ein paar Multiplayer-Projekte. Jo, das nur muss auch zwischendurch. Zum Beispiel Zenith wird natürlich Singleplayer bleiben. Genau wie Witcher, genau wie Fallout, das wiederkommt. Und Hand of Fate. Und ach du Scheiße, es ist noch einiges zu tun. Jo. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ich möchte meine Let's Plays gerne beenden. Oh, was mache ich denn eigentlich da? Jetzt ist da der nächste Ritter. Ich wollte eigentlich nochmal lesen, was da los ist. Ah gut, alles klar, der haut ab. Wunderschön. So, was ist da los? August. Ich sehe keinen Grund, warum ich da hingehen und mir den Arsch abfrieren sollte. Gut, alles klar. Dann gehen wir mal weiter. August, da hast du natürlich recht. Will natürlich keiner. Kann man hier außerhalb der Karte irgendwie irgendwas finden? Vielleicht mal eine Kiste oder irgendeinen speziellen Gegner? Haben wir eigentlich schon gegen diese komischen Typen da gekämpft? Diese komischen Hunde da? Ich glaube noch nicht. Die haben wir noch kein einziges Mal gesehen, oder? Oder habe ich das mal gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. So, weg. Vorbei am Barbar-Krieger, der mir noch mal wieder sinnlos nachläuft. Ja, wenn ich das hier natürlich sehe, wäre es natürlich wunderschön, wenn ich von Final Fantasy eine Erlaubnis bekäme zu Let's Playen. Das wäre echt wunderbar. Müssen wir mal gucken, ob das dann so kommt. Ich kann es im Moment noch nicht abschätzen. Da hinten ist wieder so ein Portal. Das werden wir natürlich machen. Da läuft ein Buschbaum, wie auch immer. Oh, da hinten ist so eine fliegende Stadt oder irgendwas. Da müssten wir auch mal hin. Ja, gehen wir auch mal dorthin. Und halt eben dieses komische, das Gasthaus hier links jetzt von meiner Sichtweise. So irgendwie, so halblinks. So, und jetzt kommen irgendwelche komische, ja, schimären Käferviecher, was auch immer. Die irgendwie rumnerven, höchstwahrscheinlich. Was natürlich nervt. Müssen wir mal gucken. Ja, ich habe einiges vor mit dem Kanal. Einige Let's Plays sind da am Start. Und ich weiß nicht, wo ich die Zeit herholen soll. Aber es macht Laune, sicherlich. Ja, müssen wir mal gucken. Die Multiplayer-Projekte werde ich dann halt immer so einstreuen. Ich würde sagen, wir holen mal einen Haie-Trank. Einfach mal so zwischendurch. Ah, und ich wollte noch was sagen. Das sage ich auch gleich. Wenn man was sagen will, sollte man es auch gleich sagen. Oh, die sind echt schnell, die Viecher. Ach so, stimmt. Ich habe hier noch so eine Stoßwelle-Geschichte. Mach mal was. Ja, super. Hat super funktioniert. Ist meine Kollegin im Eimer. Ne, die ist noch da. Oh Gott. Irgendwie ist meine Spielweise ein bisschen merkwürdig, glaube ich. So, bäm. Da gibt es Schaden ohne Ende. Wahnsinn. Und nochmal Schaden ohne Ende. Hau ab, hau ab. Nein. Oh Gott. Ja, ich kann es vielleicht jetzt zwischendrin erklären. Meine Lebensregeneration. Und zwar hat da Martin völlig zurecht geschrieben. Früher habe ich ja weniger Leben gehabt. Und dadurch ist die Lebensregeneration... Ah, gut, alles klar. Heldrang ist drin. Ist natürlich mehr ins Gewicht gefallen. Oder warte, Moment. Ich muss hier gerade looten und so weiter. Oh, die Viecher sind mies, oder? Ich hoffe, da brauche ich mehr Resistenzen und so weiter. Oh Gott. Das kann ja noch was werden. Und zwar, was das Thema Lebensregeneration und Mannerregeneration hier oben angeht, war ja meine Aussage, irgendwie ist das nicht mehr so stark, wie ich das in Erinnerung habe und so. Da gebe ich Martin recht, ohne dass ich es jetzt wirklich kontrolliert habe. Ich habe ja mittlerweile nicht mehr 200 Leben, sondern 400 oder sowas in der Richtung. 300 irgendwas, glaube ich. Und natürlich sieht das jetzt oben optisch so aus, als ob die Regeneration weniger wäre oder langsamer anläuft oder sonst was. Ich habe aber auch das Doppelte an Leben. Und vielleicht ist meine Lebensregeneration jetzt 50% schneller wie vorher. Das heißt, aber bei doppeltem Leben sieht das für mich so aus, als ob es weniger wäre. Versteht ihr? Ja, ist logisch. Wenn es vorher, was weiß ich, zwei Leben geheilt hat und jetzt drei Leben pro Sekunde, dann ist das halt mehr. Ja, aber bei doppeltem Leben sieht das halt langsamer aus. So, das dazu. Da hinten, also vielen Dank Martin für den berechtigten Hinweis, der sicherlich auch stimmt. So, was haben wir hier? Das ist irgendeine Kirche. Oh, da können wir sogar hin. Friedhofkirche mit Boot. Wenn ich das richtig gesehen habe, mit Hafen oder sowas. Sollen wir überhaupt da hin? Wo muss ich überhaupt hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh Gott. Oh je. Ich werde schon nochmal rausfinden, wo wir hin müssen. Wir wollten uns doch mit irgendwem irgendwo treffen. Äh, ist das hier? Ist das hier? Sag mal was an. Tante Emma. Oh, das sieht dungeonmäßig aus. Irgendwie nur so. Geil. Oh, einfach so ein Dungeon, den man so machen darf, wenn man den Bock hat oder was? Oder was wollen sie mal da verklickern? Dass das gar nicht notwendig ist, hier zwingend hinzugehen oder was? Supergeil. Ein optionaler Dungeon. Das habe ich gesucht. Das Wort. Sehr geil. Ne, ich sollte doch irgendwo an einem Hafen mich mit irgendjemandem treffen. War da nicht so irgendwas? Ich finde das schon wieder raus. Das ist halt jetzt auch das Problem. Ich spiele viele Spiele so zwischendurch, mittendrin, wie auch immer. Da kommt man mal ein bisschen. Was sind das? Geisterjäger. Also Geister. Also keine Jäger. Und ja, da kommt man halt mal so zwischendurch auch mal ein bisschen durcheinander. Aber ich hoffe jetzt mal nicht übel, weil nach ein, zwei Parts bin ich meistens dann wieder so ein bisschen besser drin. Und das sieht aus nach explodierenden Kisten. Das, was ich da so sehe. Bäm. Bin ich wirklich gut geskillt? Also nicht gut geskillt, sondern was die Ausrüstung angeht, soll ich dann nicht vielleicht ein bisschen auf Defensive gehen als Magier so? Und dass man da keine schwere Rüstung irgendwie mal so bekommen kann oder so irgendwas, wo ich mal so meine übliche Defensiv-Taktik anwenden kann. Wie man die so gerne kennt und bei Witcher auch gesehen hat und so weiter und so fort. Ja, gibt es eher auf die Nuss. Ja, ich weiß, ich bin ein Level aufgestiegen. Wir müssten eigentlich mal was machen. Machen wir auch. Baum der Fähigkeiten. Jo. Jo. So, wie viele Skilpunkte haben wir? Zwei. Wo wollte ich eigentlich weitermachen? Habe ich natürlich auch vergessen. Hier, Erd-Affinität. Hat mich, glaube ich, nicht mehr so interessiert. Ich wollte die Defensiv-Wege da weiter bestreiten oder... Keine Ahnung. Ist das so? Weshalb hätten wir hier erhöhte Feueraffinität um zwei... Eis wäre eigentlich gut. Achso, das habe ich schon. Eis haben... Ne, Eis haben wir noch nicht. Eis ist hier. Doch, habe ich. Eisresistenz und Eisaffinität. Irgendwas wollte ich da noch weitermachen. Oh, ich weiß es nicht mehr. Feuer, hier Gesamtschaden, irgendwas. Feuerresistenz. Wahrscheinlich wollte ich Richtung Feuerresistenz, oder? Ist doch ziemlich sicher irgendwie. Oh, ich mache jetzt einfach mal hier weiter. Mache ich hier weiter. Jo, Feueraffinität. Feuer frei. Hä? Irgendwie habe ich keine Punkte mehr. Irgendwas habe ich gemacht. Egal. Oh Gott. Jo, läuft bei mir. Ne, ich habe schon mal gelesen. Das kann ich schon mal verraten. Man wird am Schluss des Spiels relativ sicher ausgespielt sein. Das deutet sich ja auch an schon. Und deswegen mache ich mir da jetzt nicht so mega Gedanken, was ich da als nächstes skille. Ja, ohne dass ihr euch da wundert, warum plötzlich diese Sorglosigkeit. Das habe ich glaube ich im Test gelesen. Also ich habe einen Test von dem Spiel gelesen. Da stand schon, ich habe jetzt nur so drüber geflogen, aber da stand da irgendwo schon ziemlich schnell, dass man die Figur eh auslevelt und dass das dann kein so Riesenthema ist, was man da macht. Jo, so habe ich zumindest meine Erinnerung. Irgendwas mit ausleveln und was weiß ich. Ihr kennt ja meine Erinnerung. Kann auch alles verzerrt und nicht richtig sein und was weiß ich. Nur was machen wir hier eigentlich auf dem Friedhof? Das ist die andere Frage. Ich haue jetzt hier irgendwelches Skeletteblatt, die irgendwie hier rumlaufen. Und Geister und so weiter. Ist cool für Skillung, weil es geht immer weiter. Kriege ich eigentlich immer mehr Leben oder sowas? Gerade mal gucken, die Ausstattung. 367 HP. Ich denke, das geht nur durch die Ausrüstung und so hoch. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwas passiert ist. Da könnte ich eventuell in eine Tür rein oder auch nicht. Bam. Ja, diesen Nahkampf. Achso stimmt, ich müsste natürlich auch vielleicht mal blocken. Ich kann mich nicht wundern, dass ich eigentlich so viel Schaden bekomme und dann nie blocken. Das ist natürlich auch clever. Ich gehe einfach immer in einen Nahkampf rein und lasse mich da verprügeln. Ja, vielleicht muss ich auch mehr mal da mitspielen. Ich weiß es nicht. Ich habe sogar jetzt schon die Orientierung verloren. Also ich bin nur rechts, links gelaufen. Das so oft, dass ich schon nicht mehr weiß, wo der Anfang war. Hä, was soll denn das hier mit diesem Friedhof? Ich glaube, hier wird er anfangen, oder? Hier runter. Oh, sieht man so gut aus. Da der Engel, der ein Schwert hält. Da müssen wir hier hinten in die Büsche. Und dann geht es doch sicherlich weiter. Oh ja, da oben geht es weiter. Was ist hier unten noch? Nö, nur so ein paralleler Weg. Jo, nö. Gut, alles klar. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Friedhof, ich komme. Kommt her, meine lieben Skelette und so weiter. So, jetzt versuche ich das mal. Bäm. Das war ja fast gut. Ich kann es doch gar nicht fassen. Ich habe geblockt. Äh, äh. Ich kann es nicht fassen. Das war fast Skill. So, bäm, bäm, bäm. Und mach deine Stampfattacke. Juhu. Und block. Block. Das geht eigentlich ganz gut, ne? Ja, man muss auch mit Blocken spielen. Fällt mir immer auf. Ich glaube, ich... Ähm, jetzt geht doch gar nicht mehr so viel Mana weg, wenn ich blocke. War das nicht so? Achso, das... Achso, das bleibt immer aufrecht und läuft dann so langsam runter. Gar nicht, wenn ich Schaden nehme. Ich habe gedacht, nur wenn ich Schaden nehme. Jo, kann auch so... Als Nahkämpfer kann man auch spielen. Definitiv. So, jetzt kloppen wir uns hier irgendwo durch. Wir könnten irgendwelche Fässer aufnehmen, die sinnlos in der Gegend rumwerfen. War da eigentlich manchmal was drin? Weiß ich mal. Ja, ich glaube doch, da war manchmal was drin, oder? So, Block. Block. Nein, lauf. Lauf. Weniger Block. Mehr laufen. Oh, was ist da hinten los? Irgendein komisches Mana-Ding. War da. So, bäm. Ja, irgendwie ist das immer noch die sichere Variante. Gerade gegen mehrere Gegner. Was soll ich da blocken? Da ist mein Block schneller weg, als ich gucken kann. Jo, wir müssen es einfach nur ausgeln. So, jetzt bin ich irgendwo mitten im Friedhof. Hol irgendeine Kiste und schmeiße durch die Gegend, wie das so normal ist auf dem Friedhof. Und da liegt irgendein Würfel rum. Jawohl. Juhu. Würfel helfen meistens. Oh, Mann. Ist das schwachsinnig. Aber meine Laune ist echt wieder gut. Das ist so befreiend. Echt berufliche Scheiße kann manchmal echt nerven. So. Bäm. Juhu. So, weg mit ihr und so weiter. Yeah. So, Würfel. Was bist du? Ähm. Ein Leuchtenwürfel mit drei Sternen. Jo, alles klar. Es sieht irgendwie aus, als ob ich gerade verkloppt werde. Oh, sterbe ich jetzt? Oh, Mann. Mag ich ein Kram andrehen kann. Bla, ich nehme es mit. Nein. Ich werde verkloppt. Äh, jo. Irgendwem will ich das andrehen. Mag ich ein Kram andrehen. Echt? War da jemand, der mag ich ein Kram von mir wollte? Ernsthaft? Weiß ich gar nicht mehr. Hab ich gar nicht in Erinnerung. So, klar. Die Händler, die dann irgend so ein Spruch da. War da irgendein? Ah, doch. Der Typ da in der Taverne oder so. War da nicht sowas? Hat er nicht irgendwas dazu noch gemeint und gesagt? Und bin ich jetzt nur wegen diesem Würfel hierher gekommen? Bäm. Stampfattacke. Juhu. Ja, ist auch die Frage. Wenn ich jetzt alle Attacken da hochgelevelt habe, welche Attacke ist denn nun die beste und so? Das sollte man vielleicht dann auch mal ausfinden für seine eigene Spielweise. Ich habe jetzt da so mehrere Attacken auch schon freigeschaltet und gefunden und rolle mich hier über den Friedhof, wo dann anscheinend nichts mehr ist, oder? Sieht man nicht so aus, als ob hier noch irgendwas kommt. Kommt? Nein. Ich glaube nicht. Nö, jetzt kann ich irgendwelche Fässer hier durch die Gegend schmeißen. Achso, wir haben wieder ein Level ab. Das geht echt schon brutal schnell, ne? Ich meine, wir sind ja fast ausgeskillt und trotzdem geht es so schnell. So, bäm. Offener Nahkampf und sterben und wir sterben mit und so Dinger. Komm, ich hole nochmal einen Heiltrank, nur sicherheitshalber. So, skillen könnte man natürlich auch. Baum der Fähigkeiten. So, da sind wir jetzt hier bei der... Beim inneren Feuer erhöht Feueraffinität, also Feuerangriff eigentlich. Ach jo, was soll's? Was haben wir da unten? Ein starker Schlusshieb mit Erdfaust. Achso, die Gesamtlebensdauer wollte ich nach oben bringen, natürlich. Das war das doch, oh Gott. Jo, alles klar. So, jetzt müsste ich eigentlich, was weiß ich, 10%, über 400 Leben ungefähr haben. Stimmt das? Weil eben 337. Jo, 403 Leben. Wow, kann ich kopfrechnen. Ich kann's noch nicht fassen. Jo, das hilft natürlich jetzt auch wieder. So, da gehen wir mal weiter. Jetzt weiß ich sogar, wie ich skillen wollte. Es ist wahr, ne, jetzt hab ich eigentlich meine Lieblingspunkte, da hab ich geskillt. Alles andere, jetzt nur noch die Affinitäten und alles andere interessiert mich eigentlich schon nicht mehr. Weiß nicht, was die anderen Level dann bringen sollen. Oder ob man dann einen Erfolg kriegt oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände, wenn man dann auf höchster Stufe ist. Was weiß ich. Und als Magier sollte man ja eigentlich auch ein bisschen immer durch die Gegend rollen. Also nicht rollen, eigentlich ausweichen oder halt eben nicht gehittet werden. Deswegen, was soll ich da im Nahkampf? Und immer dann so ein blödes Schild hochhalten, wo ich dann genau aufpassen muss, dass mein Mana noch ausreicht. Das, sowas kann ja ganz schnell in die Hose gehen, muss man ja einfach mal ehrlich sagen. So, und jetzt kommt mal meine Lebensregeneration natürlich wieder ein bisschen langsamer vor. Eventuell könnte es sein. Danke Martin. Ja, müssen wir mal gucken. Ein bisschen im Auge behalten. Ja, aber es ist da. Ich hab sie geskillt. Es ist da. Was soll ich denn machen? Mehr kann ich nicht machen. Jo, jetzt haben wir das Zeug da gefunden. Auf einem Friedhof. Ich könnte mal in die Taverne. Das ist ja eh der einzigste Ort, wo ich jetzt nochmal zurück kann. Und da war ja dieser Typ unten, dieser Händler. Jo, vielleicht sagt er dann. Wow. Wow. Ich könnte aber auch mal ins Inventar gucken und mal gucken, was der Würfel so kann. Das wäre eigentlich auch eine clevere Idee irgendwie. Keine Ahnung. Mach ich glaube ich jetzt mal. Jo. Mach ich das jetzt? Jo, mach ich jetzt. So, gucken wir mal in die Ausstattung. Jo, die ganzen Schwerter da mit ihren... Ah, und das Ding dann. Das wollte ich ja glaube ich nicht... Oh, das wäre aber massive Feuerresistenz mehr. Würde ich natürlich auch mal mehr aushalten. Ja, vielleicht sollte ich auch irgendwann mal Richtung Resistenz leveln. Dann brauche ich mich auch nicht so zu wundern, dass ich auf die Nüsse bekomme. Resistenz und Wasserangriff oder sowas. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, mal in so eine Richtung zu skillen. Jo, da ist kein Würfel. Ziemlich eindeutig. Jo, keine Ahnung. Ne, gut. Ne, der müsste ja so ins Inventar gesetzt worden sein. Da würde ich sagen, mach mal an der Stelle Schluss. Ich mach noch ein, zwei Kämpfe, laufe in das komische Gasthaus da zurück. Wir sehen uns dort wieder. Ich freue mich drauf und wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.